Wir spielen Resident Evil 4, meine Lieben, weiter geht's! Herzlich willkommen zurück! Hallo Leon, wollen wir Boots fahren? In dieser Folge werden wir Boot fahren! Und guckt mal, diese ganzen Schätze, die wir einsammeln können, die werden wir uns holen. Und zwar allesamt. Sofern der Leon das mit dem Fahren hinkriegt. Ein bisschen besser sollte es. Hoffentlich diesmal funktioniert. Hoppala, halt, stopp, halt, stopp! So, wir müssen jetzt L1 und dann zielen, Leon. Jawollah! Okay, die Frage ist, sieht man auf der Karte, wo sich alles befindet? Nee, auf dem Wasser sieht man gar nichts. Nada niente. Okay, vielleicht müssen wir erstmal... Da ist das Zwischenziel? Auf Wandmalerei markierte Stelle. Was? Kannst du in meiner Sprache mit mir reden, bitte? Okay, da geht's zur Siedlung. Steinsockel, okay. Wir müssen hier auf jeden Fall auch nochmal abfahren, wa? Würde ich sagen. Wie kommen wir denn da hin? Äh, Leon, wie kommen wir da hin? Links lang? Hier drinnen machen wir danach. Weil hier muss man so aussteigen und so. Hoppala. Oh, der hat wieder, äh, sein Bierchen vorher nicht gesoffen, damit er sich konzentrieren kann. Okay, Leon, sehr, sehr gut. Da wollen wir hin. Halt, stopp, halt, stopp. So, eins. Oh, wir können nicht so weit unter... Oh, okay, hat er trotzdem getroffen. Nummer zwei. Ich mag Geld, hallo? Ich mag Geld. Okay, mehr liegt hier nicht, oder was? Hoppala. Hey, oh, nein. Ich hab nicht gesagt, äh, bitte losfeuern. Wie kommt man hier rein? Ah, ja, das hab ich irgendwie erahnt. Obacht, trotzdem Obacht, meine Lieben. Sieht alles ein bisschen... Oh, mein Gott, spielstreichert. Werden wir jetzt sterben? Das sieht hier ein bisschen glibberig alles aus. Was haben wir denn hier schönes? Hallo, Ruhe. Was ist das? Ein Stein? Können wir irgendwas verkleiden oder so? Was haben wir gerade bekommen? Das hier haben wir gerade bekommen. Edelstein. Okay, aber das... Wir haben das nicht... Wir haben keine Schätze, um die verkleiden zu können. So, komm mal. Hier raus? Ja, okay. Leon? Okay, ich glaub, wir haben hier alles, aber... Oh, mein Gott, wir werden fast daran vorbeigelaufen. Komm mal hier... Ich will immer hoch irgendwie, weil ich von oben auch gucken will. Was haben wir denn hier? Oh, 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 oh. Hallo, was ist denn so schönes? Oh, die braucht Platz, meine Guten. Die braucht Platz. Geht hier irgendwas zum Schieben? Ich glaube irgendwie nicht. Warte mal, können wir dich hier dahin schieben? Ja. Und dann, boah, kann ich dich da hinsetzen? Wie viel Platz brauchst du? Ja, passt. Okay, meine Lieben, was ist denn das? Warte mal, ich muss mal versuchen zu lesen. Red 9. Eine leistungsstarke Pistole. Die Rot-Einprägung, Groß 9. Auf dem Griff soll verhindern, dass sie mit falscher Munition geladen wird. Okay. Keine Ahnung, was die mir sagen wollen. Wo haben wir die denn? Wir müssen die ausrüsten. Wir müssen die irgendwie ausrüsten. Hallo, rüste dich mal aus. Sollten wir... Die sollten wir wahrscheinlich... Ah, hier. Schnell Zugriff. Ah, ja. Machen wir mal hier. Die sollten... Ist das eine gute Waffe? Vielleicht sollten wir die nicht... Verschießen direkt am Anfang. Wisst ihr, wie ich meine? Wie liegt denn die in unserer Hand? Oh, ist das ein Süßes. Guckt sie euch an. Vielleicht schießt die gut. Ich weiß es ja nicht, aber wir werden es ausprobieren. Okay, ähm, wir haben eine Mission, Leute. In dieser Folge, wir haben eine Mission. Hallo, ich bin auf Mission. Nichts, gar nichts zum Abschießen. Nada, niente, nothing. Okay, Leon. Dann mach mal den viel zu lauten Motor wieder an. Und lass uns mal weiter durchs viel zu laute Wasser fahren. Okay, ähm... Ah, das ist schwierig. Das interessiert mich dann doch nochmal, was da ist. Dann müssen wir nämlich hier mal rechts... So. Sind wir auf Kurs, Leon? Nee. Null. Oh, wartet mal, wartet mal. Oh, wartet mal. Hier ist ja voll, ähm, Action los. Fahren wir noch ein Stückchen? Leon, halt, 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 Leon. Oh. Das ist ja viel cooler. Guck mal, was wir machen können. Bamm. Was liegt da? Das ist ein... Nee, das war nichts. Leon, weiter links. Ding, ding, ding. Ja. Oh, nee. Oh Gott, der stellt sich hier an. So, was haben wir? Oh, 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 oh. Nichts da noch hier, nichts da noch. So, ich glaube, jetzt da rein müssen wir, ne? Aber wir fahren... Das Wasser fahren wir gleich nochmal ab. Gleich, ja. Weil, ähm, ich hab hier das Sagen. So, hier müssen wir rein. Boah. Fahren kann er. Oh, da ist ein Fisch gesprungen. Ruhig, mein Brauner, ruhig. Okay, kommst du da von der Wand mal irgendwie wieder weg, oder? Äh, nee. Oh, das... Das Wasser ist so laut in meinen Ohren, ey. Das ist ja voll die Entspannung, hier mal rauszukommen. Och, genieß die Ruhe, meine Lieben. Gott, bist du anstrengend laut. Okay, ähm, halb so wild. Wir müssen hier mal... ... uns konzentrieren. Hängen tut hier nichts. Aber da hab ich schon was... Fische, bitte, bitte, äh... Oh, Spülspeicher. Guck mal, da ist schon was Interessantes. Huch, ich hab die falsche Waffe in der Hand. Leute. Hier könnte es gefährlich werden. Hallo? 3-3-3. Ich glaub, da steht 3-3-3. Oh, jetzt kriegen wir aber wirklich hier, ähm... Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Okay, warte, wir müssen uns jetzt mal hier, ähm, konzentrieren. Ja, machen wir jetzt einfach, weil wir brauchen Platz hier. Seht ihr ja, ne? So. Okay. Hat gar nichts gebracht, dann... Erst mal das hier. Ja, okay. Wegwerf, oder? Können wir... Warte mal. Wenn ich das jetzt hier hinpacke... ... und das da hochschiebe... Wartet mal, Leute. Guckt mal, guckt mal zu und lernt hier mal, okay? So. Nehmen wir und packen wir hier rein. Und wenn ich jetzt, ähm... Genau. Wegwerfen. Ja, ist nicht verkaufen, wegwerfen. Anscheinend nicht. Schade, dass wegwerfen nicht verkaufen ist. Klingt für mich logisch irgendwie. Okay, da will ich, ähm... Da hab ich Angst. 3, 3, 3. Hallo? Geht's hier auch weiter? Was bist du? Ein Kiefer. Irgendein Unterkiefer. Ich schätze mal, äh, vom... Loch Ness Baby. Okay. Ich seh nicht viel. Wenn du deine Taschenlampe rausholen möchtest, hätt ich nichts dagegen, Leon. Aber... Der macht eh nie mit. Der macht nie mit. Okay, da rein will ich jetzt ehrlich gesagt... Viele Geräusche, Leute. Viele Geräusche. Da ist auch was angemalt. Oh, oh. Hier wird gleich eine Challenge auf uns warten. Ich, ich, ah, spüre es schon. 3, 3, 3. Oh, hier ist eine Treppe. Ah, mit dem Kopf voran. Das mögen wir. Das mögen wir. Angst. Was ist das? Soll das eine 6 darstellen? Ich war einfach auch nicht. Die Frage ist, höre ich hier einen Schatz? Kannst du aufmachen, Mann? Danke. Oh, Mann, ey. Ist das ätzend mit dem Platz hier. Das ist ätzend. Okay, wir müssen mal irgendwas herstellen hier. Irgendwas müssen... Nee, bloß nicht. Herstellen. Pistolenmunition. MP. Haben wir ein Gewehr? Wir haben ein Gewehr, aber das ist... Wie stellt man Schrotflintenmunition her? 12 braucht man dafür. Oh, Mann, ey. Ich kann nicht für... Ich kann nicht für Pistole. Kann ich nicht. Gewehr. Mach ich, weil irgendwann wird das Gewehr auch... Ähm, stärker. Hat uns das jetzt irgendwas gebracht? Außer, dass wir jetzt noch einen Platz verschwendet haben. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich hab nämlich nicht drauf geachtet. Hab ich unten? Ist ein Platz frei geworden, glaube ich. Okay, Leon, ähm... Kannst du mal irgendwie Schaden nehmen, damit wir hier mal ein Ei essen müssen? 8, 8 eventuell. Hier ist auch noch irgendwas Großes gemalt. Ein B. Okay. Eventuell hab ich gar keine Lust auf ein Rätsel. Hallo? Ist hier jemand gefangen? Kriegt da nicht... Keine Chance. Nee, keine Chance für ihn. Hier ist irgendwo ein Schatz, glaube ich. Weil ich höre irgendwas... Hört ihr das immer die ganze Zeit? Aber sehen tue ich keinen. Okay, ich glaube, wir müssen mal... Äh, Leon, geradeaus nicht rückwärts. Danke für die Mitarbeit. Ich glaube, wir müssen da mal in diesen komischen Raum hier rein. Äh... Okay. Sauber. Oh mein Gott. Ich bin voll überfordert gerade. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht rein, bevor wir das Rätsel nicht gemacht haben, ne? Das sieht so schwierig aus. Wo ist der Hinweis für dieses Rätsel, Leute? Oh man, wie da mal zu doof für alles war. Ihr merkt es schon wieder, ne? Das wird nichts aus. Zufall wird es nichts. Okay, Hinweis! Leute! Resident Evil. Hinweis. Wo ist der Hinweis? Wir haben hier ein... B? Haben wir ein B? Keine Ahnung. Also... Das hier vielleicht? Dann haben wir die 333? Das hier vielleicht? Und was war... Ja. Okay, warte mal. Was war denn das da oben nochmal? Ist das... Warte mal. Das ist ein komisches Auge. Oder Fisch. Wir merken uns. B, 333, Fisch. B, 333, äh, äh, äh. Fisch? Oh mein Gott! Wir haben es geschafft. Oh mein Gott! Ich dachte, nö. Ich dachte, es wäre falsch. Oh mein Gott, wartet mal. Das ist voll gruselig. Ah, wir sind gut. Wir sind so gut in Resident Evil geworden. Ich bin richtig stolz auf uns. Also eher auf mich als auf euch, weil ihr seid... größtenteils stille Zuschauer. Hallo! So. Okay, jetzt haben wir ein bisschen was eingesammelt. Das gefällt mir natürlich. Höh? Oh, ich dachte, ich habe gerade ein Aufspießding gesehen. Aber nee. Oh, da ist der Schatz. Habe ich gerade gesehen. Ha! Durch Zufall. Munition gerne. Gerne, gerne, gerne. Sind die ganzen Waffen eigentlich aufgeladen? Für den Notfall? Natürlich nicht. Kennen wir ja mal wieder von uns. Hier passt, glaube ich, auch noch eine. Nee, hier nicht. Hier passen noch zwei, glaube ich. Ja. Und hier, die ist, äh, eh scheiße. So, mein lieber Kopf. Was willst du mir sagen? Muss ich den einpacken? Weil ich habe gar keinen... Das war ekelhaft. Das war ekelhaft. Habe ich den jetzt eingesammelt in meiner Tasche? Weil ich habe ja gar keinen Platz für irgendwas. Ähm, ja. Das, ähm... Schönen Dank. Vielen Dank. Ah, hier liegt noch auch was. Komm schon, gib mir... Oh! Das letzte Teil, was wir gebraucht haben. Oh mein Gott, das geht ja richtig los hier in der Folge. Schnell beenden die Folge. Spaß. Okay, wir müssen hoch hier. Hallo, hoch hier. Hallo, Schatzili. Wow. Jawollah. Aber wir könnten auch wirklich gut, ähm... Einen Schatz mal gebrauchen, wo wir die Dinger einsetzen können. Wisst ihr, wie ich meine? So, jetzt sind wir hier wieder. Gemeistert wie ein Profi. Also ein paar... Guck mal, das hat mal richtig... Diese drei, äh, Fischis. Hm, hm, ich bin stolz auf uns. Okay, Leon. Ich glaube, diesen Job hast du wirklich gut erfüllt. Lass uns mal auf die Karte gucken. Hier ist gar nichts mehr. Jetzt ist es sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier waren wir. Bootsschuppen, dann geht's da... Schlüssel für die Kirche, okay. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Da sind noch so viele Schätze auf der Karte. Leon, willst du mal einen Schritt schneller laufen? Danke. Die speichern mal wieder, finde ich gut. Finde ich richtig gut. Okay, Leon. Ich weiß jetzt nicht, ob du der Vollidiot warst oder ich. Eventuell habe ich X gedrückt. Anstatt Start. Okay, ähm, sag ich mal bitte viel zu laut. Danke. Boah, der... Mann, wie Muser. Okay, warte, warte. Äh, kein Plan geht ohne Plan los. Deswegen müssen wir uns erst mal einen Plan machen. So. Wir haben irgendeinen Kopf. Da wissen wir noch gar nicht, was wir machen müssen. Wir gehen mal zum... Ohpala. Wir gehen mal zum Händler, weil wir haben ja auch was zum Verkaufen. Und da ist auch das Ding. Ich denke, wir gehen jetzt, äh... Hier ist er. Oh, Leon, da musst du jetzt aber erst mal wieder komplett zurückfahren. Fahr mal hier links ein bisschen. Oh. Hier lang, oder was? Ich vermute nein. Ich vermute nein. Leon, hast du dich verfahren? Nee, bist du auf gutem Weg. Hier müssen wir, glaube ich. Ja, 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 ja. Wir sind richtig, Leute. Wir sind richtig. Krabum. Leon, mach das Schiff nicht kaputt hier. Kannst du mal AX drücken? Ja, danke. Super. Okay, das machen wir jetzt hier. Oh, das Spiel speichert viel zu oft für mich. Okay. Ich glaube, jetzt müssen wir puzzeln. Ja, bitte. Oh, das ist gar nicht schwer. Das ist voll für kleine Kinder gemacht. Hallo, ich bin kein kleines Kind mehr. Könntet ihr mir bitte Dinge geben, womit ich auch was anfangen kann? Oh, das ist ein Schatz. Aus reinem Gold lässt sich sicher gut verkaufen. Für 15.000. Oh, ich bin reich. Okay, können wir, ähm... Können wir da Schätze einsetzen? Nee, können wir nicht. Ja, ja, schade. Das wäre schade, Leon. Sehr schade. Ich dachte, wir öffnen jetzt hier unten eine Tür oder so. Es wäre schön, wenn wir nach und nach alles hinkriegen, abzu... abzuarbeiten hier, ne? Und wenn wir jetzt hier weiter schwimmen, hier bis nach hinten hin, da muss bestimmt irgendwas liegen. Sonst würde das... Sonst würde das da nicht so sein, oder? Wir checken das nochmal kurz. Warum sollte da so ein langer Arm lang gehen? Versteht ihr, wie ich meine es? Ich verstehe das nämlich nicht, was ich meine. Okay, Leon. Nochmal. Hoppel ab. So. Lass mich mal kurz, äh... Okay, schon mal da lang weiter hier lang einfach. Und dann hier rein, oder was? Oder was? Oder nie, oder wann? Ja, da rein. Hoffentlich gibt es hier irgendwie... Kisten. Leon, bist du richtig hier? Leon? Bist du richtig hier? Ja, das ignorieren wir mal einfach geradeaus weiter. Einfach geradeaus weiter. Kriegst du das hin, Leon? Einfach geradeaus weiter. Ignorier einfach mal alles. Oh, guck mal hier, die Erstkiste. Jawollah. Oh, noch eine. Ich wusste das, wenn man... Hier, oh, noch eine. Oh, den kriegen wir nicht. Den kriegen wir nicht. Warte, umdrehen. Jawoll. Okay, das ist gut. Leon, übertreib mich mit deinen Sperren. Was haben wir denn hier? Hier ist Ende. Hier wird man aufgespießt. Das ist aber... Von da kommen wir. Wartet mal, und dann geht es hier weiter. Bis zum Ende durchfahren, meine Lieben. Bis zum Ende durchfahren. Hoffentlich kommt hier kein Boser. Oh, den haben wir wieder nicht. Warte mal. Oh. Oh, da fährt was zusammen hier. Oh, ich sehe nichts. Ah, da. Okay, wartet. Boah, Leon. Schrei mir manche nicht. Oh, als wenn du halb wärst. So. Wo kommen wir denn hier hin? Oh, money, money, money. Ich mag money. Okay, bleibt gut. Oh, schluss, schluss. Halt, stopp, wo sind dann? Äh. Aha, wir sind hier einmal... Das ist ja cool. Was ist hier? Verschlossener Schatz. Okay, das machen wir. Also, wir müssen alle... Oh, balla. Oh, Leon, Leon, Leon. Komm mal klar hier. Bitte einmal kurz in deinem Leben. Danke. Wir müssen uns mal kurz die Schatzkutter näher angucken, weil... Wir haben einen Schlüssel. Mehr so gedacht. Okay, hoppala, hoppala. Das macht ja gut. Als er da privat geübt, wa? Warte mal. Hier müssen wir anlegen irgendwo. Nee. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Nee, sieht nicht so aus. Also, obacht, mein Lieben, obacht. Rechts, sauber. Geradeaus geht's anscheinend. Weiter, aber wie kommen wir da hoch? Leon kann ja, ähm... Nicht klettern. Der kann klettern auf einmal. Okay. Finde ich gut. Der entwickelt sich halt auch weiter, ne? Hör, hör, hör. Was ist hier passiert? Oh, Mann, ey. Leon, ich fresse hier die Eier einfach weg, weil, ähm... Wir Platz brauchen. Ist nicht gut, glaube ich. So. Das brauchen wir, das Messer. Irgendwann werden wir das brauchen. So. Hallo? Leon hier. Was haben wir denn da Schönes? Kannst du mal hoch da? Guck mal, wir laufen immer erst mal bis zum Ende. Kannst du hier auch noch mal klettern? Bringt uns das was? Kannst du hier auch hochklettern? Nee, oder? Nee, wollte ich schon sagen. Kommen wir da irgendwie hoch? Glaube nicht. Glaube nicht. Oh, warte mal. Ich hab grad, ähm, jucken. Kräfte. Kannst du mal? Danke, Leon. Und... So. Den Schlüssel haben wir. Ich glaub, den Schlüssel haben wir. Cool. Was kommt denn jetzt? Oh, yeah. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Prächtige Armreifen. Den schmücke ich jetzt voll. Wartet mal. Den müssen wir schmücken und sofort verkaufen. Okay, wartet mal. Edelstein einsetzen. Wir müssen jetzt auf den Preis mit achten. 6.000 P... P... Tass. Boah, okay. Das sind 5.000. Ja, wechsel doch einfach aus, Kumpel. Ja, ich denke, das ist schon ganz gut. Kriege ich eh nicht anders hin. Es läuft gut hier. So, äh, ja, Leon. Haben wir's? Hier haben wir, glaub ich, jetzt alles. Fahr mal, äh, mach mal Karte. Karte, Leon. Oh, wartet mal. Äh, 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 äh. Steig aus, Leon. Sofort raus mit dir, Leon. Aber ganz Dalli jetzt hier. Wir haben... Wir dürfen nichts, ähm... Nichts übersehen. Die Karte erklärt mir grad aber gar nicht, wo ich, ähm... Okay, wir müssen uns mal konzentrieren. So, der hat hier lang gezeigt, dann hier lang. Oh, falscher Knopf. Höchste Konzentration ist, mein Lieben, hier. Wir müssen... Spinnt mein Spiel? Wir müssten hier eigentlich ein Schatz sein? Wir stehen genau drauf. Oh, mein Gott, da oben. Eieiei, Leon. Leon, mach mal eine andere... Kriegst du? Kannst du deine Arme nicht hören? Oh, mein Gott. Wartet mal. Der Leon, der kann gar nicht so hoch zielen. Hm, Leon, 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 Leon. Mach mir das Leben doch nicht immer so schwer. Huch, wo sind wir an? Da. Leon, jetzt aber. Nicht mit mir, ja? Ich erwische alles. Na, voilà. Oh, oben gelandet. Oben gelandet, Leon. Okay, cool. Cool, cool. Wir haben richtig viel eingesammelt, die Folge. Oh, mein Gott. Wir machen jetzt richtig money gleich. Oh, no. Kriegen wir den da irgendwie ab? Ich hab gar keine Ahnung, wie man die abkriegt. Bestätigen. Edelstein ent... Fern, ja. Okay, Edelstein einsetzt. Weil jetzt sitzen wir mal hier. Das sind bestimmt die wertvollsten. Wir setzen ja zweimal Lila ein, weil wir das können, Alter. Guck mal, wie viel Geld wir kriegen. Cool. Voll cool. Okay. Runter, dann? Runter. Wir müssen ganz schnell zum Händler. Ich will Geld machen, mein Hüter. Wir verkaufen jetzt unsere Seele beim Händler. Rechtsland, glaube ich, Leon. Und ich glaube, wir müssen hier rechts landen. Hüter, 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 immer, immer... Smooth bleiben. Boah, wir haben jetzt gerannt. Halt, 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 halt. Wo befinden wir uns hier? Weil hier ist auch noch voll was zu holen. Ignorieren wir, wir fahren gleich weiter. Und zwar hier, genau. Halt, stopp. Halt, stopp. Leon geht jetzt ein Bierchen kaufen. Okay, das erkennen wir wieder. Ja. Hallo, Herr Händler, da sind wir wieder. Money, money, money. Yeah. Hallo. Ich habe hier was für dich. Verkaufen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Ob Ob Obine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Ja, Quatsch, man, ich folge, Mensch. Blendgranaten finde ich albern. Wir verkaufen mal, weil jetzt gerade... Das klaut halt uns Platz, ne? Okay. Verkaufen bitte, Kumpel. Verkaufs. Danke. Stirb mir da draußen nicht weg. Wir haben viel Geld. Die Frage ist, was fangen wir mit dem Geld an? Hallo. Was fange ich mit dem Geld an? Tune. Ich habe nur die feinste Warte im Angebot Fremde. Wir brauchen erstmal eine perfekte Schrote. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Ja. Die Schrote ist mir, glaube ich, am wichtigsten. Oder? Hallo. Ich habe Entscheidungsschwierigkeiten. Hochleistung, Zielfernrohr, Leer, Visier. Man kann nicht mit Geld kaufen. Punisher. Nee, nee, nee. Wir tun. Und zwar die Schrotflinte. Magazingröße. Machen wir mal nochmal. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt es an. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Oh mein Gott. Wir haben alles getunt. Wie sich das anfühlt. Jemand wird kaum jederzeit wieder. Bitte quatschen. Bitte. Das stresst mich so aus, wenn ich die ganze Zeit quatscht. Hör auf zu quatschen. Sonst werde ich verrückt und renne die ganze Zeit im Kreis. Danke fürs Verständnis. Oh mein Gott. Tune. Okay, die Schrotflinte ist fertig, oder was? Nee, hier noch einmal. 10.000 fehlt da noch. Dann ist die fertig getunt. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Weil wir es haben. Weil wir echt reich sind. Danke, Kumpel. Stirb mir da draußen nicht weg. Ich hoffe, du stirbst jetzt hier gleich nicht mal weg. Oh, ich will noch mehr Geld haben, damit wir noch mehr kaufen können. Okay, mit der Schrotflinte können wir jetzt immer loslegen. Können wir direkt mal nachladen, weil... Haben wir Magazin... Das ist die falsche Waffe. Ist halt doof, dass wir keine Munition dafür haben. Aber kann man hier Munition bei dir kaufen, Kumpel? Willkommen. Ich habe nur die feindste Ware im Angebot. Äh, Flink-Munition oder so brauchen wir, ne? Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Oh, wir hätten Koffererweiterung uns leisten können. Jetzt nicht mehr, Leute. Weil ihr... Äh, so, ähm... ...gemacht habt, dass wir jetzt kein Geld mehr haben. So, okay, meine Lieben. Haben wir, haben wir, haben wir. Fertig. Cool. Aber, wir haben auch noch viel offen. Hä? Was denn hier? Wegschreien. Ich denke... Was ist das hier? Was grasen wir denn als nächstes ab? Da waren wir, hier waren wir. Das Wasser haben wir, glaube ich, auch durch soweit. Fischfarm ist nichts mehr. Vielleicht holen wir uns das hier nächste Folge. Seid ihr damit einverstanden? Müsst das sein. Oh, ich fragte eh keiner. Okay, mein... Ich speichere ab für uns. Ihr klickt aufs nächste Video von mir. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Amen.